Das haben wir überneu gemacht. Das war hier sonst nicht so ein kommendes Tor. Wahrscheinlich weil das jetzt hier mehr los ist, mehr Betrieb ist bei der Lokalität hier. Vorher da haben wir das nicht gemacht, weil das sowieso nicht so viel los war hier. Aber jetzt, wo da so viele Leute hinkommen, die ja alle neugierig sind und hier dann weiterlaufen, da wurde denen das bestimmt zu viel. Wahrscheinlich, ja. Dann machen wir das hier. Da werden wir ständig hier durchlatschen haben. Jaja. Da könnte man ja wenigstens immer noch bis einmal so hinten um die Ecke rum. Hier kann man ja auch. Wegen der Schwimmbad, das müssen sie ja nicht mehr zulassen. Ja. Die Wartsphäre ja auch beeinträchtigt waren. Ja, das sind dann solche komischen Leute. Naja, zumindest ist der Zaun neu. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020